Wappnet euch, Helgi. Gleich geht's, Rond. Ich hab ihr sein Vorbereitet. Na klar. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Kämpft tapfer! Abakladdor! Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie und setzt den Drachenritter frei. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Was muss, das muss. Das könnte grünchen. Weht ein Talent. Saufer. Das ist ein Talent. Und das ist ein Talent. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wie finden wir das? Und... Was? Nur Trümmer zurück. So, macht man das! Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen. Aber klar doch. Zeigen wir es Ihnen. Geh zu einem Heilbrunnen, so lange, wenn du nachkommst. Raiders, hopp! Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen. Unser Kumpel steckt in der Klemme. Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen. Wir sollten uns dieses seltene Lager zur Brust nehmen. Die Macht der Schreine wächst. Der Lager... Die Sau geht mir gehörig auf die Nerven. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Lass dir mal alles wieder gehen. Was muss das? Das war alles, ja? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Das war's für heute. So, Silas! Wählt ein Talent. Stimmt dieses Gefängnis vor, T-Roll? Nein! Raiders. Wir kämpfen! Feuer! Jederzeit! Hab noch nie jemanden gesehen, der einen Heilbrunnen so dringend eftig hatte lief! Das könnte gut werden! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Setz ihn doch hier! Tore mit den Waffen in der Welt ausstehen! Noch noch! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Was? Was? Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! 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 Ha! Ha! Genau zwischen die Augen! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Hört sich gut an! Das ist keine Söldnerlager! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen! Das war's für heute. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.